Und damit willkommen zurück beim Baumaschinen-Semulator 2012 mit mir, dem Niklas. So, letzte Folge haben wir ja Beete in einem weiteren Monopoldorf da hinten ausgegraben. Ja, was heißt da hinten? Ihr könnt natürlich jetzt nicht sehen, wo ich hinzeige. Auf jeden Fall, wer die letzte Folge gesehen hat, müsste ungefähr wissen, was ich meine. Wir haben mit diesem fetten, ökologisch korrekten, muss ich nochmal zeigen, ökologisch korrekten Bagger hier, ein paar Beete ausgehoben. Und anschließend haben wir sie mit dem LKW die Erde abtransportiert. Allerdings ist das nicht mehr in der letzten Folge enthalten. Ich habe den Auftrag offscreen zu Ende gebracht. Und jetzt wollen wir erstmal ins Auftragsbuch gucken, ob da noch irgendwas für uns ist. Erneuerung der Zuleitungen am neuen Rathaus, Voraussetzungen Kipplader, Bagger, Straßenwalze, Tieflader. Ja, Kanalarbeiten in der Stadt, Kipplader, Bagger, Straßenwalze, Tieflader. Aber ich würde meinen, es würde sich glaube ich lohnen, wenn wir jetzt in eine Straßenwalze investieren. Weil dann hätten wir zwei Aufträge mit der Straßenwalze zu bewältigen. Ich glaube, da holen wir das Geld dann locker wieder rein. Also, eine Fahrt zum Bauhof ist angesagt. Nicht zum Bauhof, da sind wir ja zum Fahrzeughändler, müssen wir. So, der Hund hat seine Lasagne immer noch nicht gegessen. Oder seinen vertrockneten Apfelkuchen, was auch immer. Oh, fuck. Wir haben ja kaum noch Benzin. Aber wir haben in der letzten Folge neues Cash gemacht. Haben wir auch gleich auf unser YouCash-Konto gezahlt. So, dann wollen wir das Fahrzeug mal wieder auftanken. Unser schönes Geld fließt mal wieder dahin. Auch ich würde sagen, das reicht. Ich will nicht noch mehr Geld verschwinden lassen hier. Der graust mir ja immer mal vor. Und jetzt fahren wir zum Fahrzeughändler. Hui, einmal durch die Beete. Und da vorne ist auch schon der Fahrzeughändler, das Paradies des Udo Günther. Unseres tapferen Baumaschinenfahrers hier. Und wir gucken mal, wie viel so eine Straßenwalze kostet. Ja, los, raus hier. Da ist sie auch schon, die Straßenwalze. Oh, 3500. Ist ja doch relativ preiswert. Würde ich mal sagen. Kaufen wir. Ihr neues Fahrzeug wurde zum Bauhof geliefert. Ist das nicht eine geile Wrestling-Kommentator-Stimme? Ne, ist es nicht. So, ich hoffe, die wird auch pünktlich geliefert, wie immer. Ich frage mich, wie die das so schnell machen mit den Baufahrzeugen liefern hier. Wahrscheinlich haben die irgendwie so ein Flugzeug- oder Hubschrauber-Transportsystem. Es gibt ja hier ohnehin noch irgendwo einen Flughafen, den wir auf jeden Fall auch mal besuchen müssen irgendwann. Das ist bestimmt der VES-Airport oder so. So, die Irmgard Margarete, die ist die Frau vom Udo Günther. Die kauft sich ja dann ab und zu auch mal preiswerte Software von dem hart verdienten Geld von Udo Günther. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo steht denn unsere Walze, unsere Dampfwalze. Hier nicht. Ich glaube, für den Auftrag brauchen wir... Da steht sie ja. Meine Güte, dass ich die nicht gesehen habe. Nicht Blindfisch. So, gucken wir ins Auftragsbuch. Wusste ich's doch. Wir brauchen den Tieflader. Das heißt, wir müssen gleich den Bagger da runterfahren und die Straßenwalze dafür. So, wir gucken uns erstmal die Details an. Am großen Rathaus in der Stadt sollen die Zuleitungen für Strom und Wasser erneuert werden. Damit die Techniker die neuen Leitungen verlegen können, muss ein Graben ausgehoben werden. Soweit die Techniker mit ihrer Arbeit fertig sind, muss der Graben wieder verkippt und anschließend der Boden verdichtet werden. Oh, Techniker. Bekommen wir vielleicht jetzt mal Mensch zu Gesicht? Ich bin gespannt. Das heißt, wir müssen da erst mit dem Bagger und dem Tieflader hinfahren. Hebe im ersten Schritt einen Grabenhaus und entsorge den Abraum mit dem Kippladern am Schrottplatz. An der entsprechenden Stelle wurden bereits die Gehwegsteine beseitigt. Bringe als erstes die Straßenwalze und den Bagger mit dem Tieflader zur Baustelle. Ja, der Bagger ist glaube ich das größere Übel. Deshalb bringen wir den als erstes Mal nach Empelshausen. Eigentlich haben wir die Stadt ja Geisterstadt genannt, aber egal. So, ich glaube, ich fahre jetzt erstmal die anderen Fahrzeuge aus dem Weg, damit der Bagger hier auch manövrierfreiheit hat. Der Bagger, habe ich gerade Bagger gesagt? Ich meine natürlich den Tieflader. Ja, ja, die richtige Wortwahl macht es. Aha. So. Ich würde sagen, ein bisschen tanken wir dann den Tieflader auch noch ein bisschen auf hier. Aber nicht zu sehr. Wir wollen ja das Geld jetzt nicht zum Fenster rausschmeißen. Und es schmerzt mich wieder, dieser Verlust. So. Ich sehe gerade auf der Karte, das ist gar nicht so weit entfernt. Und deshalb fahren wir jetzt mal mit vollen 20, 30 kmh dahin. 20, 30, ja, 40 kmh, Rekord. Der schafft ja hier richtige Rekordgeschwindigkeiten. Wow, sag mir jetzt nicht, der Bagger kommt ins Schleudern. Dieser Schatten irritiert mich. Wow. Ganz ruhig brauner. Oder gelber. Vielleicht soll ich doch noch gleichzeitig ein Auge nach draußen haben. Wobei das schwierig ist mit dem Bagger da hinten drauf. Das ist ein richtiger Schwertransport hier. Da könnten wir eigentlich schon die Warnblinker anschalten. So aus Spaß an der Freude. Und ich habe den Verdacht, das wird wieder so ein aufwändiger Auftrag. Und ich hatte ja letzte Folge gefragt, ob wir die Aufträge nicht mal im Zeitraffer zeigen sollen. Also wenn es so langwierig wird, wie mit dem Ausgraben von so Löchern. Ob wir dann nicht einfach Zeitraffer machen sollen. Also das Ganze schneller machen sollen und eine lustige Musik drunter legen sollen. So. Da gab es, meine ich, auch einen Kommentar mit einigen Likes. Und vielleicht passiert das auch schon in dieser Folge. Herrgott. Ich glaube, wir müssen hier gar nicht lang, oder? So. Wow, der Bagger ist ja schief. Ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ach, da außen müssen wir lang. Und hier sind wir auch wieder in der Stadt des VIS-Monopols. Hier haben wir Stadtcafé, Stadtcafé. UC. Und hier ist, meine ich, auch diese Einkaufsstraße mit Blumenriese und der Kaffeebude. Ohne Kaffee geht mal gar nichts. Wir erinnern uns an diesen Slogan. Und da ist auch schon die Baustelle. Schon schön abgesperrt hier. Aber wehe, wir müssen jetzt wieder so richtig zeitaufwendig graben. Da hatte ich jetzt... Okay. So. Als erstes müssen wir den Bagger runterrollen. Vielleicht machen wir mal die Warnblinker aus. Die nerven auf Dauer ein bisschen. Und jetzt fahren wir unseren Bagger mit dem CO2-effizienten Motor mal. Darunter. Kabumm. Ja, was ist denn jetzt los hier? Sag mal, das kann doch nicht angehen hier. Es kann doch nicht angehen. Ach nein, Leute. Leute, das könnt ihr mir noch nicht antun. Jetzt. Oh, nein. Scheiße. Ach Gott. Ah, jetzt. Bitte. Bitte. Mach Anstalten da runterzufahren. Bitte. Boah. Komm schon. Das kannst du mir nicht antun. Nein. Komm. Komm da runter. Cornelius nicht. Nein. Oh. Jetzt komm da. Boah, endlich. So, ich habe den Bagger wohl soeben Cornelius getauft. So, jetzt brauchen wir allerdings noch den Lastwagen, beziehungsweise den Kipplader. Den wir auch so gleich holen werden. Aber erstmal fahren wir dieses wahnsinnig aufwendige Gefährt hier mal. So, Bagger ist weg. Endlich wieder Manövrierfreiheit. Als erstes. So, ich bin der Meister am Wenden, wie man sieht. Nicht schon wieder die zweite Zwickmühle. Oh Gott. Dann fahre ich doch lieber hier lang. Denn wir müssen jetzt... Ja, was müssen wir? Wir werden jetzt den Kipplader holen. Damit der Bagger auch schön was zum Aufladen hat. Und vielleicht bringen wir denen da auch mal die Dampfwalze vorbei. Also, das ist jetzt hier die Vorbereitung pur für den nächsten Auftrag. So. Jetzt ist die Frage, wo geht es zurück zum Bauhof? Ich glaube in die Richtung. Dann kommen wir nämlich zum Fahrzeughändler da. Da geht es in alle Richtungen. Ja doch, hier ist der Fahrzeughändler. Alles klar. Weise ich den Weg zurück. So. Auf geht's zurück zum Bauhof. Ist denn unser Anhänger noch in Ordnung? Der ist in Ordnung. Wir haben übrigens auch ein VES-Kennzeichen. Also die Firma muss hier ganz schön einen Einfluss haben. Und jetzt fahren wir durch diese Schlenkerstraße hier. Bis wir schließlich finalement wieder am Bauhof angekommen sind. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal die Straßenwalze dahin, bevor wir mit dem Kipplader dahin fahren. So. Dann bringen wir als nächstes die Straßenwalze zum Auftragsort. Das tun wir allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.